Willkommen zu meinem YouTube-Kanal. Heute gibt's eine Runde Fortnite. Vergesst nicht, meinen Creator-Code einzugeben. Und ja, heute benutze ich... Okay, Leute, willkommen. Ihr seht schon, ich bin Spider-Man. Übrigens Level 100, yo. Suchen wir ein Spiel. Wir sind jetzt im Battle-Bus. Und wisst ihr was? Als Spider-Man müssen wir immer hier landen. Yo, wenn ich diese Runde jetzt sofort gewinnen sollte, müsst ihr mich alle abonnieren. Wir wollen schnell zu unseren Netzschießern. Hier um die Ecke müsste jetzt eins sein. Okay, hier ist keins. Normalerweise ist hier immer eins. Wartet mal, ich muss die Helligkeit höher stellen. Okay, so. Ein guter Rat von mir. Spielt nicht mit geringer Helligkeit Fortnite, denn dann habt ihr... Gewaltigen Nachteil. Okay, okay, okay. Hier ist auch kein... Doch, hier sind Spider-Man-Kräfte, jo. Hm. Okay, jetzt kann die Runde beginnen. Okay, okay, Gegner, wo seid ihr? Wo seid ihr? Zeigt euch, zeigt euch, zeigt euch, zeig... Yo, das war gerade ein Bug. Ihr kennt diese Leute, die irgendwie bei Spielen irgendeinen Fehler machen und die sagen immer, yo. War ein Bug. Okay, den Schild sprengt, den benutze ich jetzt einfach. Wisst ihr, was lustig wäre? Das Teil ja abzubauen. Habe ich noch nie gemacht, aber... Ja. Und das natürlich auch kaputt. Oh, wow, das hat sich ja sehr... Sehr gelohnt. Eine goldene MK einfach. Ich habe noch keinen einzigen Gegner gesehen. Das schießt dann auf uns. Oh man, der meint es ernst. Okay, der ist Geschichte. Okay. Schnell öffnen, schnell öffnen, jo. Pizza, Pizza nehmen wir, denke ich mal mit, oder? Nein, Pizza nehmen wir nicht mit. Mann, hier ist ein Gegner. Ich habe kaum Materialien, ich brauche die. Da ist der, da ist der. Attack, Leute. Verdammt, was war das? Oh man, ich weiß nicht, was das soll. Ich habe keinen Bock auf sowas, wenn ich nicht genau weiß, wo der ist. Ich mag es lieber mit der MK von weit weg einfach... Die Leute zu erledigen anstatt. Ohne überlegt reinzugehen, denn... Ich habe ja jetzt auch die goldene. Ich habe jetzt auch die goldene. Mann, da rin... Ey da, den können wir ranziehen. Oh, wo ist die das, Leute? Das ist ultra cool. Oh man, ich gehe in die Zone, keine Lust auf sowas. Ja, was war das? Spider-Man hat gerade eine Pose gemacht. Ey, das habe ich zum ersten Mal gesehen. Und ihr wart dabei. Ich weiß, ich habe wenige Materialien. Okay. Oh man, das war... Guter Schuss. Egal, egal, egal. Gehen wir in die Zone. Okay, noch elf Gegner leben. Auch elf Gegner. Ich muss vorsichtig sein, dass der Typ jetzt irgendwie nicht mit mich von hinten erwischt. Ich weiß ja gar nicht, wo der war. Okay, da ist einer mit Spider-Man. Das sind mehrere. Die Spider-Man-Kräfte hat man von so weit weg. Deswegen muss man aufpassen, ich benutze sie jetzt nicht. Damit die es jetzt nicht hören. Die werden jetzt gegeneinander kämpfen, ja. Verdammt, jetzt weiß jeder, dass ich hier bin. Okay, wir haben ihn verdammt, man war das Klaus. Verfolgen die mich? Ich weiß es nicht. Gehen wir mal da hin. Gibt es ja hier, gibt es ja hier. Okay, Minis, perfekt. Munition ist in dieser Season auch ganz wichtig. Jetzt kommt leider der Sturm. Okay, Leute, okay, okay, okay. Noch sieben Gegner. Ist hier oben vielleicht noch was? Das werden wir wohl nie erfahren. Da oben ist ein Gegner, verdammt. Der ist höchstwahrscheinlich Spider-Man-Kräfte und würde ich jetzt auf ihn schießen, würde jeder wissen, dass ich hier bin. Schnell die Fanta trinken. Und... Es leckt er heftig. Oder hat der geleckt? Der hat geleckt. Ich glaube, da ist einer. Der hat jetzt bestimmt Angst da unter mir. Oder auch nicht. Der eine ist hier im Haus drin. Und der andere ist vor mir. Der hat uns geholt. Ich wusste, dass da einer drin ist. Ich wusste, dass der drin ist. Ich hätte warten sollen, bis der rausgeht. Egal. Oh Mann, ernsthaft. Die letzten Gegner greifen irgendwie nie an. Man muss immer selber angreifen. Keiner von denen kämpft. Was macht der Typ? Oh Mann, ey. Und jetzt hat der sogar gewonnen. Oh nein. Okay, Leute, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen, Leute. Ich würde mich über ein Like und Abo freuen. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns wieder. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss. Tschüss. Tschüss.